Lauf, lauf, lauf! Was tust du denn? Lauf! Achso, ich muss ja weiter. Oh! Okay, es würde klappen. Okay. Go, go, go! Du bist nicht! Go, 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 go! Go! Go, verdammt! Jetzt go doch! Jetzt mach endlich! Boah! Ich hab mein Leben riskiert! Oh Mann! Ähm. Nein! Nein! Ah. Was versuchst du? Achso! Ah! Ähm. Verdammt, ich hab Ausfüße gesteuert. Boah, das Dunkle ist so fies. Du müsstest doch... Ja, ne. Ja, fast. So. Dann kann ich... So. Och. Nachchen! Hi! Äh. War wohl nix. Was? Ach, nö. Oh. Hopp. Du musst wieder links auf ne höhere Plattform. Okay, Moment. Ähm. Verarschen. Das war gemein. Nein, das war arschig. Achso, du musst da Hilfe. Ah. Äh. Ich beobachte die Gegner noch. Ach, man sieht die hier schon. Hab ich vorhin gar nicht drauf geachtet. Achso, ach, ich bin jetzt hier. Alter. Wo muss ich denn hin? Ich hab keine Ahnung. Was fragst du mich das? Ich seh genau so viel wie du. Neh, nicht nichts. Lacht, dass du wieder das Mammut machen. Neh, mach das schon. Kann man jetzt vielleicht schon vorher was sehen? Nö. Nicht wirklich, ne? Nö. Verdammt. Bist doch wohl ne Verarsche. Warte, bis die ganz links sind. So, jetzt. Ah, da kann man durchgehen. Okay. Ähm. Dann hier. Kann ich hier runterspringen? Warte mal. Ja, doch. Könntest du. Ja, guck. Jetzt lassen wir doch mal auf deinen Kopf hier. Ich hab ganz still da gestanden. Boah, ich hab nichts getan. Ich mach alles von selber. Äh? Hallo? Hi. Jetzt bin ich nur wieder hier oben, dummerweise. Och. Boah. Hahaha. Ähm. Boah. Okay. Ne, äh? Achso. Ne, würde auch nicht gehen. Du magst immer rundtun, habst du das Gefühl. Ne, ich bin den Dingern nachgespielt. Ja, ja, ja. War ich hier, ne? War ich hier. Und das Dunkle ist so fies. Mhm. Äh. Und jetzt, jetzt, äh. Was ist das da oben? Nix Böses. Doch. Hupft was auf dem anderen rum. Ja, aber das ist nicht böse. Das ist nur so eine Plattform. Hier ist wieder so ein Ding. Äh. Und noch? Ach, nein. Rechts müssen wir hoch. Ähm. Ähm. Schönen wir hier hin. Ach, das geht so nicht. Warte. Ne, so bringt das auch nichts. Verdammt. Ach. Ne, aber auch nicht. Du musst, ist der rechte da ein bisschen so, dass du dann draufkommst? Ne. Der rechte? Ne. Wenn, dann müsstest du auf den linken drauf. Den linken und von dem aus auf den zweiten, der da oben drauf hüpft. Genau, und wenn der oben ist, dann nochmal drauf springen und dann musst du dann irgendwo auf den rechten drauf. Ah. Und nun? Du springst hier wieder zurück, dass du auf den rechten draufkommst, gleich. Genau. Genau. Mit dem machst du dann, dass du dann hier drauf springst. Wo fliegst du dann hin? Ich komme irgendwo rechts höher. Gleich. Und du kannst einfach weiter. Ah. Ah. Mann. Okay. Okay, gleiche Situation. Hat er sich hinterm Baum versteckt? Mhm. Achso. Das können wir inzwischen so ein bisschen. Ja. Da müssen wir nicht mehr ganz so lange nachdenken. Hier war jetzt einfach nur noch, es ist dunkel. Es ist nicht mehr dunkel. Äh, 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 äh. Ah, ja, okay. Sie tanzen schon mehr als vorher. Oh, der eine schläft. Ja, muss ja auch mal sein. Genau. So, was kommt jetzt für ein Spaß? Jetzt hatten wir erst hier total Verwirrung. Jetzt kommt, da hatten wir Schwarze Land. Ich möchte ja noch, dass irgendwann eine Mischung aus beidem kommt. Ach, da kommt alles zusammen. Mit den Maschinen extra gedöhnt. Ähm. Oh, scheiße. Nützt mir nur nix, weil wenn, dann müsstest du hier hin. Aber, was nützt dir das? Äh? Also, ich kann hier machen, dass es die Luft stinkt. Und du? Okay. Ja, das kann ich auch. Äh, warte mal. Wenn ich da jetzt so mache... Nee, reicht nicht. Aber, nee. Das bringt auch nix. Ähm, wenn ich dich hier hochschubse, dass du oben durchkommst. Ja. Aber dann kommst du nicht da hin. Doch, doch. Ich komm da an meine, meine grüne Tür. Ah, okay. Von dort aus kannst du mir Hilfestellung geben, dass ich dann da hochkomme. Frage ist nur, wie kommst du dann weiter nach rechts? Nee. Ach, nee, da kommst du gar nicht durch. Verdammt. Könnte es sein, dass was passiert, wenn wir uns beide hier draufstellen? Ach, bestimmt nicht. Das ist nur ein normaler Gedönsding. Ich komm da auch im Moment gar nicht hin. Nee, ich komm da gar nicht hin. Alleine. Boah, ich hab dich durchgeschubst. Ich könnte dir... Nee. Bringt ja nix, wenn du da stehst. Hä? Ich find... Okay. Was macht das für einen Sinn hier? Aber du kommst halt auf jeden Fall auch auf die Stelle hier, wo ich bin. Um mich dann halt da hinzubringen, musst du halt nur... Äh... Wieder da unten durch, dann hier so unterboing und dann plapp. Ja, einfach so. Das wäre theoretisch eine Möglichkeit. Die Frage ist halt nur, wie kommst du dann weiter? Ähm... Ich vermute ja, dass dazu halt das Portal dienen soll, damit ich dich dann irgendwo hinbringe. Aber was soll dir das bringen? Nee, ich komm nicht wieder weg. Wenn ich jetzt hier zu deinem... Außen zu deinem Grünen gehen würde, kenn ich dich wieder weg. Ja. Ähm... Ähm... Sei denn, du gibst mir die Hilfe da hoch, aber dann kommst du nicht weg. Doch. Doch, klar. Du kommst von da weg. Du kommst ja wieder zu deinem Portal hin. Mhm. Außer rum. Dann hält mir mal da hoch. Du müsstest jetzt innen durch den gleichen Weg, den ich jetzt gemacht habe, auch machen... Nee. Hä? Nee, geht nicht. Das Einzige, was ich ja machen kann, ist... ...wieder zu meiner grünen Tür kommen. Ja. Und dann wäre ich wieder hier. Hm... Wo kommst du denn hier vorne? Wo kommst du denn dahin, wenn du jetzt da durchgehst? Wahrscheinlich nirgendwo. Nö, ist einfach nur, ne? Okay. Gott, nö. So, hopp. Ähm... Vielleicht müssen wir doch... Ey, das hat ja... Dieses Mittelteil hat nur Sinn irgendwie. Ja. Es sei denn, es macht wirklich Sinn, dass wir uns beide auf das Ding da drauf stellen. Aber das glaube ich auch nicht, ne? Hundertprozentig. Hm. Kann ja auch nur einer da in den Bereich rein und das bist halt quasi du. Ich komm ja nicht mal in die grünen Zwischenräume. Außer halt oben lang. Was mir ja nicht wirklich viel bringt. Stimmt. Äh... Außer... Dann komm ich da hoch. Das bringt mir nix. Hm. Dann wäre jetzt der richtige Zeitpunkt, das uns zu erzählen. Ha, ha, ha. Oh, fast. Ah. Jetzt schaffen würde er an die Ecke da zu kommen, könnte ich eventuell sogar alleine da rein. Loll. Loll. Äh... Ähm... Ähm... Wie bin ich eben da hochgekommen? Wo hoch? Da, wo du jetzt gerade auch warst. Ich glaube, das war nämlich jetzt die Lösung. Ähm, ich hab dir geholfen. Weil du bist jetzt ohne Hilfe auch da hingekommen. Nee. Ich hab, ne? Ich bin auf dich draufgestiegen. Hab hier so gemacht, so. Und dann, hey. Achso, du bist auf mich draufgestiegen. Ich dachte, du wärst da durchgeflogen gewesen. Nee, nee, leider nicht. Hm. Verdammt. Geht nicht. Also, was ich hier versuche, geht nicht. Wo das gehen könnte, wenn man Schwung von da innen hat. Ja? Hm. Hm. Ich weiß nicht. Kann man dich verschieben hier? Nee, natürlich nicht. Den Buckel nehmen und woanders hinstellen. Mann. Hm. Ah, fast. Nee, das bleibt beim Fast. Ich bleib da immer mit dem dicken Zeh hängen. Mann. Hm. 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 Ähm. Ich weiß nicht. Ich bin äh. Das Szenario hatten wir schon ein, zwei Mal Das Szenario hatten wir schon, ja